Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Schneid das raus. Meine Lieblingsszene, ich fand eigentlich den ersten Drehtag schon ziemlich spektakulär. Da sind wir nach Fliegenfelde gefahren und haben das Finale, die aufwendige Schlussszene mit Explosionen und riesen Kamerakran, das fand ich schon ziemlich spektakulär. Gleich am ersten Drehtag haben wir sicherlich die aufwendigste Szene gedreht, was natürlich ein Risiko war, weil wir ja alle noch nicht so eingespielt waren, aber das fand ich schon nicht schlecht. Ich habe mir jetzt mal nicht so vorgestellt, dass wir jetzt selbst wirklich einen kompletten Film drehen, sondern dass man da eher so als Kabelträger oder sowas arbeiten würde. Also nicht, dass es halt wirklich ein kompletter Film wird, den man auch selbst macht. Und dann bin ich halt da hingegangen, so, habe mir das halt angeguckt und dann habe ich mir gleich so gedacht, so okay, einen ganzen Film drehen mit allem drum und dran und alles selbst machen. Hat sich gut angehört und dann ging es los. Ja, Wetter haben wir. Das heißt, ich glaube, da nehme ich nicht mal zum Führer. So nach Kranachdauern. Überlegt euch mal welcher Reit. Okay, aber ich muss alle. Erst Hartmut, Sascha, Jan. Nee, Jan geht hier noch. Ja. So, ich möchte euch mal ein bisschen. Oder was? Sieht das warm? Doch, sie schaut wieder aufs. In der nächste. Natürlich sieht gut aus. Da sieht alle voll schön aus. Und jetzt alle beiden da vorstellen? Wie wäre das super? Und eine heiße, ne? Organisation ist alles. Die Leute müssen wissen, worum es geht und es ist immer unheimlich wichtig, dass du Menschen am Set hast, die von sich aus in der Lage sind zu arbeiten. Also wenn alle nur rumstehen und sagen, das ist jetzt komisch, das haben wir jetzt gar nicht am Set, wird das ja doof. Und keiner fühlt sich bemüßigt, irgendetwas zu organisieren oder zu holen oder von vornherein selber dran zu denken, dann wird es natürlich anstrengend. Scheiße, was ist das jetzt hier für ein Prinzip? Das ist die Irritierung loben, ne? Ja, das ist aber... Muss ich mal pinseln? Ich würde ihn hier gerne irgendwie raufkriegen. Geil! Wunderschön! War der für dich gut? Komm! Ja! Ja, tatsache! Nein! Weg von meiner Kiste! Das ist nicht deine Kiste! Ich glaube schon! Danke! Du hattest ja auch... Du hattest ja nicht nur den Weg eines kopflosen Huhns, sondern auch... Das war auch so ein bisschen so diese... Das war echt... Das war echt... Gut ab! Du hattest ja auch... Du hattest ja auch... Du hattest ja auch... Du hattest ja auch... Passende Drehorte zu finden und auch es organisiert zu kriegen, dass wir da drehen können. Also gerade ein Museum der Dreh zu organisieren, dass wir da überhaupt drehen können. Das hat viel Zeit auf sich genommen, viele Telefonate, viel hin- und hergelaufen. Ja, zu gucken, wann man was dreht, wie das mit dem Wetter zusammenpasst. Da wir ja auch immer die Gefahr hatten, dass jetzt Schnee kommt, dass man Außendrehs zum Anfang macht, dass alles andere nach hinten legt. Das hat schon viel Zeit gekostet, um zu gucken, welche Szenen überhaupt wo gedreht werden müssen. Drei, zwei, eins. Gut, dann können wir noch ein bisschen mehr nehmen. Wird das eher eine Verpuffung denn oder... Ja. Wird eine Verpuffung? Ja, genau. So eine Art Staub ist so... Der Sound, also der richtige Knall, das wird so hinterher. Draufgesetzt, ja. Ein bisschen Knallen tut das auch. Aber es gibt keine Splitterentwicklung oder derartiges dann... Nee, nee, genau. Als Splitter nehmen wir halt diese Korkstückchen, weil die sind sehr leicht, können keinen verletzen. Und zumindest können sie auch hinterher liegen bleiben, weil sie verwittern eben. Das ist das, um eben ein bisschen Splitter zu simulieren, muss man halt gucken, dass man so ein bisschen was reinkriegt und da ist ein Korkwitter genommen. Kork. Kamera läuft. Okay, Kamera läuft. Drei, zwei, eins. Feuer. Ja, nochmal. Ja, nochmal. Ja, nochmal. Okay. Drei Minuten. Wir haben zwei Minuten, dann geht die nicht los. Die sollen mal ein bisschen warten. Die sollen erst warten, wofür was sagen. Ihr kriegt, ja genau, ihr kriegt gleich das Action. Ihr müsstet noch weiter aus dem Bild. Noch weiter aus dem Bild. Weiter, 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 weiter. Hm. Wir müssen eigentlich noch weiter. Ich ziehe die keiner Autos mehr. Ja, noch weiter. Weiter. Ja, schätze mich. Erster Stock. Danke, das ist gut. Stopp. Ja. Jetzt will mir was sagen. Klappe. Okay. Haben die das noch drauf? Nein! Okay. Fertig? Ja. Kamera? Läuft schon. Warte mal, lass mal, er kommt gerade ein bisschen rüber. Eigentlich müsste da jemand wedeln. Okay. Klappe. Klappe. Oh, jetzt legt man einen ein, ey. Klappe. Klappe. 52. 11. 1. Und... Bitte! Du, äh, wir spielen das gleich noch mal kurz spockendurch. Am besten noch mal Tapes. Action. Das ist noch mal ein... Nee! Nee! Das sieht echt super aus. Mir gefällt das sehr. Ich freue mich tierisch darüber. Ich habe mich sogar schon beim Schauspielunterricht gefreut, als ich gesehen habe, dass die Schauspieler diese Figuren zum Leben erweckt haben. Ich habe einfach da gesessen und mich gefreut darüber, dass das, was man selbst erschaffen hat oder mit erschaffen hat, dass es einfach lebendig wird sozusagen. Zumal unsere Schauspieler das auch sehr gut konnten, fand ich. Das haben sie sehr gut hingekriegt. Auch noch mal vielen Dank an Hartmut an dieser Stelle, der das richtig gut gemacht hat. Also ich bin... Es hat mich doch sehr gefreut, so zu sehen, was daraus geworden ist. Ja, das Schauspieltraining war für mich sehr interessant gewesen. Also ich habe mich doch dort besser kennengelernt. Also vor allen Dingen Mimik, Gestik, wie wirkt man auch vor der Kamera. Und da habe ich auf jeden Fall auch sehr viel mitgenommen. Also hat mich auch sehr überrascht. Es gibt ja für den Profi einen Grundsatz, dass sobald die Kamera läuft, wenn man auf dem Set steht, es immer auch professionell angeht. Ja. Und da ihr ja eine professionelle Atmosphäre schafft, eine Atmosphäre Herangehensweise schafft und auch in euren Gedanken wisst, was ihr wollt, entsteht eine professionelle Arbeitsatmosphäre, auf die man sich draufsetzen kann. Also das muss man euch auch zum Kompliment machen, was ihr das hergestellt habt. Die Aufnahmeleitung versucht, dass die Schauspieler da sind, wo sie sein sollen, wenn es denn losgeht. Wie warnen Sie das denn auch? Ähm, zum größten Teil, ja. Lass mich durch! Ich bin melting off, Mensch! Ja, das Problem ist aber, dass das Messer oder der Tortenheber eventuell durch das Fleisch hier durch geht. Ja, dann machst du, dann, pass auf, dann schneidest du eine Pappengröße innerhalb des Fleisches, backst das hinten am Fleisch rein und dann im Bauch. Wo ist dann das Problem? Mhm. Das hat die gleiche Wirkung, als wenn du das Fleisch an der Pappe jetzt kleben hast. Nee, wenn ich jetzt das Fleisch an meinem Papa habe, dann kann ich immer noch ein bisschen weiter weg gehen, sodass er hier unten ins Leere sticht. Ja, aber das sieht doch kack aus. Wie sieht das aus, wenn das hier oben die Ecken so hat? Ja, die Ecken darf man nicht mitfilmen. Ja, das ist aber schwer, Alter. Das ist nur eine Detailaufnahme. Ja, Kameramann, da hast du aber was zu tun, ey, ne? Ecken darfst du nicht mitfilmen, hast du das gehört? Also Filmmachen ist im Prinzip keine Einzelarbeit. Ich mein, das sollte einem eigentlich vorher schon klar sein. Nur irgendwie, also was für Ausmaße das hat sozusagen. Es ist total wichtig, dass die Leute sich untereinander absprechen. So ein paar Argezeichen. Jede Woche, einen Tag, oder? Genau. Hast du damit schon gar nicht vergessen? Nein, noch gar nicht. Die Seiten muss dann in den Ohren noch ein bisschen so. Da ist er auch mal ein bisschen. Ja. Die machen das ja alles für ganz Gefälligkeit. Ich hab irgendwie ein bisschen, also das ist zu viel, aber ich mache das dann so zu matt aus. Das kann man natürlich auch machen, wenn die beiden, die gehen ja noch dabei hinzulegen, oder? Ja. Oder was denn unser Drehbuch? Ne, erstens ist das nicht so gut aus, zweitens ist das halt schwierig. Doch eine Szene, die mir so besonders im Gedächtnis geblieben ist, war die Museumspartyszene, wo wir halt auch viele Komparsen hatten und halt morgens das Drehbuch noch umschreiben mussten, weil einer der Schauspieler gefehlt hat. Das hat mich doch schon ziemlich viel Kraft gekostet, wo ich dachte so morgens, das klappt alles nicht, im Prinzip können wir alle anrufen, alle absagen und es doch im Endeffekt echt super geworden ist. Ja, ich habe für die Museumsparty zwei Bilder gemalt mit dem Künstler Björn, ich weiß gar nicht, wie er mit Nachnamen heißt, kann ich nicht aussprechen. Ja, das war sehr lustig, da war ich einen Abend vorher bei ihm, hab gemalt, hat mir super Spaß gemacht, weil ich gerne male. Ja, war eine aufregende Erfahrung auch mal mit einem Profikünstler so zu malen und mal seine Einwände zu hören oder sich mit ihm auch zu tauschen auch dann. Was machst du da? Ich habe gerade eine Compact-Flash-Karte formatiert, damit unser neu erworbener Tonmann, den wir gerade jetzt noch in der Winterpause verpflichtet haben, Torgei kann heute dann wenigstens schön richtig Ton machen. Ich habe am Anfang gedacht, dass es hier voll langweilig wird, da habe ich mich zum Glück komplett geehrt. Es ist jeden Tag lustig, okay ab und zu mal ist es schon langweilig, aber so ist es, so ist das Berufsleben. Das ist ganz super, dass wir hier drehen dürfen. Das ist eine tolle Location. Gucken wir mal. Sehr schön. Was machst du da? Ich bereite schon mal die ganzen Schnittberichte vor und die Klappe. So, ihr wartet auf das Licht? Ja. Aber ist noch gar nicht, ne? Auf die Erleuchtung? Auf die Erleuchtung, ja. Ihr werdet leicht gefordert. Ihr seid auch immer gestraft, ne? Ihr müsst immer ziemlich lange rumstehen, oder? Die Leute sehen ja immer nur den durchgehenden Film, der durchläuft, aber wissen gar nicht, dass zum Beispiel, na gut, viele können es sich vielleicht denken, viele aber auch nicht, die wissen gar nicht, dass man die Szene mehrmals wiederholen muss, dann halt nochmal den Text, weil man den vielleicht vergessen hat, nochmal ein bisschen einbringen muss, das Licht aufbauen muss, dass das alles ordentlich steht, die Kamera, dass das alles ordentlich läuft. Ja, ich hatte ja die Telefonnummer von ihm bekommen, hatte ihn schon auf dem Foto gesehen, habe mich auch vorher ein bisschen über ihn informiert und hatte ihn dann angerufen. Er war ein bisschen überrumpelt damals, dass ich seine Privatnummer habe, aber er war sehr nett am Telefon, hat sich das alles angehört, war ja dann auch bereit, sich mit uns zu treffen. Obwohl er krank war, kam er dann auch, wo ich sehr froh darüber war, sehr beeindruckt, dass er dann, ja, sich doch die Zeit dann wirklich nimmt. Und ja, bis zum ersten Dreh, die Telefonate mit ihm, habe ich ja noch ein paar Mal mit ihm telefoniert, was er anzieht und so. Man hat dann halt auch gemerkt, wie er sich im Vorfeld schon Gedanken gemacht hat, wie die Figur auszusehen hat, was man machen könnte. Und er hat dann selbst Vorschläge gebracht, das fand ich schon beeindruckend. Und dann auch der erste Drehtag, es war super, also man hat sehr viel über den Film erfahren, so, was alles möglich ist überhaupt. Sie kommen nach Neustadt, Junge, du kommst nie wieder raus. Schlacht, schlechter ist er, ein Schlachter, ein Schlachter bist du. So, jetzt wollen wir anfangen. Und wenn der Blödsinn macht, sagt man, was ist mit dem denn los? Ich krieg Geld dafür. Sophia und ich haben uns dann Tanzstunden genommen bei Volgas, danke nochmal. Stimmt, wir mussten Tanzstunden nehmen, damit wir überhaupt ein bisschen Mambo können. Also wir konnten wirklich gar nichts, Sascha und ich. Das hatten wir relativ schnell drauf. Arm, Platz, Rück, Arm, Platz, drittes Mal sie dreht, Füße schließen, Seite und drauf, Seite und drauf, dann die Hand und jetzt. traditionsstore und drittes Mal die Hand und kunnt ein. Vor und Ehren auf, advisory auf, envoy auf Platz, Up, dabei. Erstes Mal sie dreht, eins, zwei, rückwärts, erstes Mal, letztes Mal, letztes Mal die Hand. Und von Anfang auf, ruhig auf Platz, ruhig auf Platz, vor und sie dreht. Wir mussten zu besoin. Jetzt NEXT! Zurückwärts! I've never felt like this before, yes, I swear, it's the truth, and I owe it up to you. Cause I had the time of my life, and I owe it up to you. Ja, das war gut, das war gut. Da ist zwar kein Text vorhanden, aber man muss dieses Feeling versuchen rüberzubringen. Also in Dirty Dancing ist es ja so, dass, wie heißt die, Francis, also Baby, total in Johnny verliebt ist. Und das sieht man auch an den Blicken, und das war ziemlich schwierig rüberzubringen, weil man wurde ja von jeder Seite angeguckt, unten saßen Leute, man stand da zu zweit auf der Bühne und musste da irgendwie ein bisschen ein-auf-verliebt spielen, das war schon mit am schwierigsten auf jeden Fall. Das ist richtig. Genau, in der anderen nachher, ne? In der, die wir jetzt drehen, ist eigentlich nur wichtig, darum geht's, das ist das, was wir drehen im Grunde. Das ist in dem Sinne meine Lieblingsszene, weil eben so viel da drin steckt und man es im Endeffekt gar nicht sieht. Also, wir wissen es jetzt alle, wie viel Arbeit das gemacht hat, aber das Resultat ist eben, das wirkt einfach so simpel. Jetzt, das wurde maßgeschneidert, das Kleid. Dann musste ich noch zum Friseur am gleichen Tag, wo es gedreht wurde. Also ich musste um 8 Uhr da sein und da eine Stunde sitzen und dann wurden mir Locken gedreht. Und organisatorisch, ja, die Aula musste ich organisieren, OZD-Aula. Das war auch nicht ganz leicht, weil das gerade in der Klausurenzeit alles war. Ja, musiktechnisch okay. Das machen wir ohne Just Remember. Also er sieht ja eigentlich da so, Just Remember. Das kannst du doch, wenn du das holst, das ist ja schloss. Das ist ja schloss. Das ist auch hier. Ich mag die Szenen mit Hartmut sehr, ich mag die Szenen mit Olszewski, mit Zwinz sowieso. Geh nicht ins Licht. Kamera, ist soweit? Läuft. 24. Ich mach nochmal, sorry, ich mach nochmal, bist du... Ja, was denn jetzt? Rein oder raus, aber nicht... Dann, okay. 24, 10, 1. Ja, was denn jetzt? Rein oder raus, aber nicht. Dann gehen wir raus. Drehe niemals mit Kunstblut-Effekten in geschlossenen Räumen. Das würde ich bei mir hier zuhause nie zulassen. Das nehm ich definitiv mit. Wasser! Weißt du, wo das Bad ist? Ich weiß nicht, wo das Bad ist. Geh mal da schnell hin und darfst du da raus. Shit! Wir brauchen Wasser! Marc, das war jetzt... Du warst jetzt schon ein paar Mal bei uns dabei. Ich war ein paar Mal bei euch dabei und ich kann mit Abstand sagen, diesmal war es mit Abstand das Perverseste, bei dem ich je dabei war. Und würdest du deinen Kollegen empfehlen, also kann man das machen oder ist man das? Ich kann wirklich sagen, ich habe heute hier gelernt, ich weiß wie es den Kollegen bei RTL im Dschungelcamp geht. Ja, du hast gekleckert. Der einzige Unterschied dazu ist, es kommt kein Dirk Bach, es kommt kein Kai Kinnert, der anschließend auch kameratechnisch verhöhnt. Ich würde sagen, der Mann hinter der Kamera hat also eine deutliche Karriere vor sich, vielleicht im australischen Busch ab dem nächsten Jahr. Kannst du dich mal bewerben. Mann, entscheide dich doch mal! Warte mal, einmal vorsichtig, ich habe hier den Schlauch. Finger weg! Finger weg! Finger weg! Finger weg! Ja, jetzt kannst du auch. Welch eingemetzelt! Mach mal mal die Katter! Mh! Und los! Der wachst! Ja, hat sich erledigt mit dem Trockenleber, wenn ich dann noch einmal daneben stecheln... Ha 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 ha! 24 10 1 Ja, was denn jetzt? Rein oder raus, aber nicht! Dein Leber raus! Ah! Mir wird so! Aua! Sie kaut noch! Kamera läuft! Schon? Läuft! 24 14 1 Ich glaube, er kommt zu sich. Das ist mit Abstand das Perverseste, das ich je gesehen habe. Sie wissen, was die Tür sind. Nochmal! Kannst du mir was zurücklegen? Ciao! Entschuldigen Sie? Kann ich Ihnen helfen? Ja! Ich bräuchte einen Hut! Einen Hut? Ja, die war schon schlecht! Machen wir nochmal! Einen Hut! Einen Hut! Einen Hut! Einen Hut! Einen Hut! Einen Hut! Das ist wirklich schwierig, weil er ist keinem bestimmten Genre zuzuordnen. Es ist mit Abenteuer, mit Komödie. Aber ich finde also selber persönlich ist es sehr speziell geworden. Also muss man mal gucken. Ich denke mal, da wird jeder so seine eigene Meinung zu finden. Ich wünsche mir bei der Premiere, dass die Zuschauer auf jeden Fall den Film genießen und nicht einfach sagen, ja, das haben ja hier irgendwelche sowas dagegen gemacht. So toll kann es ja nicht sein. Ich finde schon, dass man das als gut ansehen kann, was wir vollbracht haben. Und diese sinus entschieden wurde im Klubazun. Untertitelung des ZDF, 2020